Herzlich willkommen auf dem Prospect der Angebote der Kanal. Liebe Kunden, wir freuen uns, Ihnen den neuesten Netto-Katalog für die Zeit vom 12. bis 17. Juni präsentieren zu können. Diese Woche haben wir eine noch größere Auswahl an hochwertigen Lebensmitteln für Sie zusammengestellt, um Ihren Einkauf bei Netto zu bereichern. In unserer frischen Abteilung finden Sie eine Fülle von Optionen für eine gesunde Ernährung. Wir bieten Ihnen eine breite Auswahl an Bioprodukten, glutenfreien Artikeln und veganen Alternativen. Entdecken Sie köstliche Obst- und Gemüsesorten, darunter frische Beeren, saftige Pfirsiche und knackige Salate. Verwöhnen Sie Ihren Gaumen mit einer Vielzahl von Käse- und Wurstsorten sowie frisch gebackenem Brot und Brötchen aus unserer Bäckabteilung. Für diejenigen, die gerne internationale Küche genießen, haben wir eine große Auswahl an exotischen Zutaten. Entdecken Sie die Aromen der Welt mit unserer asiatischen, mediterranen und mexikanischen Küchenauswahl. Von exotischen Gewürzen und Sausen bis hin zu authentischen Pasta und Reissorten, bei uns finden Sie alles, um Ihren kulinarischen Horizont zu erweitern. Für Naschkatzen haben wir eine umfangreiche Auswahl an Süßigkeiten und Snacks. Von Schokolade und Keksen bis hin zu fruchtigen Gummibärchen und knusprigen Chips, wir haben für jeden Geschmack etwas dabei. Ergänzen Sie Ihre Süßwaren mit erfrischenden Softdrinks oder hochwertigen Tees und Kaffee. Auch diejenigen, die eine bewusste Ernährung bevorzugen, kommen bei uns nicht zu kurz. Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an Bio- und Naturprodukten. Von Bio-Milchprodukten und Getreideprodukten bis hin zu glutenfreien Alternativen, bei Netto finden Sie gesunde und nachhaltige Optionen. Natürlich bieten wir Ihnen auch eine große Auswahl an Grundnahrungsmitteln wie Mehl, Zucker, Nudeln und Reis zu günstigen Preisen. Vergessen Sie nicht, unsere wöchentlichen Sonderangebote zu überprüfen, um noch mehr zu sparen. All diese reduzierten Produkte sind in unserem Katalog enthalten. Indem Sie unser Video bis zum Ende anschauen, können Sie diese Aktionen sehen und Ihre Bedürfnisse ohne Verpassen der Rabatte erfüllen. Besuchen Sie uns in Ihrer nächsten Netto-Filiale und entdecken Sie die erweiterte Auswahl an Lebensmitteln in unserem Katalog. Unser freundliches Personal steht Ihnen jederzeit zur Verfügung und hilft Ihnen bei Fragen und Wünschen weiter. Wir hoffen, dass Euch unser Video gefallen hat und Ihr uns auch in Zukunft unterstützt. Um nichts zu verpassen, könnt Ihr gerne unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren. Falls Euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn Ihr es mit einem Daumen nach oben markiert und mit Euren Freunden teilt. Auf diese Weise können wir noch mehr Menschen erreichen und unsere Community vergrößern. Wir freuen uns auch immer über Eure Kommentare und Feedback. Lasst uns gerne wissen, was Euch gefällt und was wir noch verbessern können. Vielen Dank für Eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.